Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen den Wanderers aus Gärmering und unseren Gästen aus Erding. Leider haben wir heute kein Mikro zur Hand. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Ich denke, wir kriegen es auch so hin. Erstmal ein herzliches Willkommen und Gästetrainer Peter Woderscheck. Und für uns ist wie immer da unser Coach Alfred Weindl. Er spielt ihm relativ deutlich zugunsten der Erdinger aus. Unter anderem, weil Gärmering sehr ersatzgeschwächt angetreten ist. Das erste Wort gehört bei unseren Gästen. Peter, was sagst du? Schönen guten Abend. Ich muss sagen, dann schaue ich die Statistik dann. Wir haben zwei Schüsse flogen jetzt. Zehn mal Gärmering. Die zweite Niedel war schon 12 zu 8. Wir haben schon ein bisschen besser gespielt. In der dritte Niedel. Ich glaube, dass Gärmering hat schon ein bisschen mit vielen Ausfällen, ein bisschen mit den Kraftwerken, aber ich schätze ein bisschen mehr zum Schluss. Aber die erste Niedel hat mitgehalten. Wir haben viele Chancen auch gehabt. Wir haben gekämpft und wir haben sehr schrampig, also nicht nur in der Defensive gespielt. Wir haben Probleme auch gehabt, weil Gärmering hat ziemlich gute Erfolgscheckungen gemacht. Und die zweite Niedel, da haben wir sich schon alles verbessert. Und da haben wir schon ein bisschen mit dem Aufbau gespielt und besser. Und ja, der Anfang war auch wichtig. Da haben wir die Doppelunterzahl überlebt. Haben wir geschaut. Das war sehr wichtig. Ja, und die dritte Niedel haben wir schon gesagt. Mit den vielen Ausfällen, mit dem engen Kader, da war schon Gärmering am Ende. Dankeschön. Danke Peter. Ja, Alfred. Über welche Rolle haben die Ausfälle gespielt? Was sagst du zum Spielen? Mein Gott, die Ausfälle... Der Kollege hat es ja schon eigentlich alles richtig gesagt. Die Ausfälle können wir überhaupt nicht kompensieren. Ich meine, das sind ja alles Stammspieler. Die wurde erfreut. Ich meine, das wird kein Mannschaft in der Liga verbracht, wenn sie sechs oder sieben Spieler hat. Oder sechs Spieler. Weil Stammspieler nicht dabei hat. Das ist bei allen Leuten. Aber ich sage jetzt die Mannschaft nicht. Die haben alles gespielt. Die haben alles gegeben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich sage jetzt einmal so. Wie ich sagte, im ersten Drittel haben wir noch ganz gut mitgehalten. Da haben wir die Defensive auch einigermaßen gut gespielt. Aber das ist natürlich... Ja, du kriegst irgendwann eine 2-0. Als Silberzahl haben wir nichts draus gemacht. Liegt natürlich auch an dem, weil wir immer improvisieren müssen mit den Sturmreihen und immer wieder neu. Da ist ja nie was eingespielt. Und dann im zweiten Drittel auch. Irgendwann geht es halt einfach an Substanz. Mit 2,5 Sturm reingespielt und mit 2,5 Verteidigungsregien. Das geht auf Dauer natürlich nicht gut. Und wenn du es einmal 2-3-0 in Führung gehst, dann ist das vielleicht eine andere Geschichte. Aber ansonsten kannst du... Beim 3-0 ist ja dann auch wieder... Du kriegst meistens dann... Bei 2-0 siehst du einfach noch ein bisschen Land. Da haben wir auch ein paar Möglichkeiten gehabt. Wenn wir die dann... Die haben wir natürlich schon auch... Ich sag' ich schon... Dilettantisch teilweise versiebt. Aber vielleicht aber auch... Die Kraft, die dann gefallen hat, im letzten Moment im Finale zum Tor-Schuss gehen. Das ist das gleiche Problem. Wo wir halt in Heisenberg... Da haben wir ja auch schon mit wenig eins spielen müssen. Im letzten Drittel dann. Und das ist dann schon mal so eine Wachmende. Die geht schon auf Substanz. Was der Maipini hat überragend gespielt oder gekämpft. Aber es ist natürlich klar... Irgendwann ist halt einfach nicht mehr... Du bist nicht mehr konzentriert. Und dann passieren halt auch viele Leute mehr. Das ist auch bei den Verteidigern so. Und der Männer Götz war einfach krank. Und er hat bis gestern noch im Bett gelegen. Das sind natürlich erschwerend noch. Da kommt das Neues dazu. Ich sag' wir müssen halt durch dieses bittere Tal durch. Und das wird noch ein bisschen dauern. Weil ich meine die Ausfälle sind halt einmal längerfristig. Teilweise längerfristig. Und dann... Ja... Dann wird das schon irgendwann wieder... In die richtige Richtung gehen, hoffe ich. Peter, ihr habt relativ erfahren, dass da noch einige der beiden höherklassig sind. Als Aufsteiger zählt trotzdem die Meisterrunde. Oder... Wie geht's um was? Das sind so die C-Satzungen für die Spielzeit. Na, also für uns glaube ich, dass der C ist einfach in die... Zwischen die erste Acht reinzukommen. Denn Schaffmann das wäre ja nicht. Schaffmann das selbstverständlich. Ja... Aber... Du hast auch schon gerade angesprochen, teilweise sind die Ausfälle längerfristig. Wo ist Land in Sicht? Ja... Und auf dem Bundesland seit dem Platz ist gewesen. Gibt's da schon... Ja... Ich sag jetzt mal... Ja... 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 Ja...